Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich, dass ihr vorbeigeschaut habt. Heute stelle ich euch meine Pulli Yagos Rufensis vor. Viel Spaß beim Zuschauen. Pulli Yagos Rufensis sind hochspezialisierte, obligatorische Sklavenjäger. Die Ameisen würden ohne Sklavenameisen, auch bekannt als Serviformica, nicht auskommen. Darüber hinaus ist Pulli Yagos Rufensis eine bei uns eher seltene Ameisenart, die es nicht hinbekommt, sich selber zu versorgen. Die Königin gründen zwar parasitär, ihre Arbeiterinnen sind aber nicht in der Lage, Nestbau zu betreiben, Futter herbeizuschaffen oder den Nachwuchs zu pflegen. Diese Aufgaben übernimmt Serviformica. Was Pulli Yagos Rufensis besonders macht, ist die Tatsache, dass sie eine von wenigen Arten hier in Mitteleuropa ist, die andere Ameisenvölker überfällt und ihren Puppen raubt. Die daraus schlüpfenden Arbeiterinnen müssen sich dann um die Pulli Yagos Arbeiterinnen und natürlich auch um die Königin kümmern. Hier im Video könnt ihr übrigens gerade einen Ausschnitt von solch einem Raubzug mitverfolgen. Im Hochsommer 2020 hatte ich großes Glück und konnte einen einfangen. Serviformica Fusca, Serviformica Cunicularia, Serviformica Rufibabis sind potenzielle Arten für eine sozialparasitäre Gründung mit Pulli Yagos Rufensens. In der Literatur gilt diese Art als monogyn, das heißt, es ist je Kolonie nur eine eierlegende Königin vorhanden. Allarte Jungkönigin, also beflügelte Jungkönigin, die noch auf ihren Hochzeitsflug warten, sind damit natürlich nicht gemeint. Das hier ist übrigens meine Königin, mit der ich versuche eine Kolonie aufzubauen. Sie stammt aus dem Schwarmflug 2020 und wurde natürlich direkt von mir mit Serviformica Fusca Puppen umsorgt. Bereits vor der ersten Winterruhe konnte ich etwa 120 Serviformica Fusca Arbeiterinnen zählen. Die Königin wurde natürlich gut umsorgt. Auch durch meine Einwirkungen hat sich die Kolonie sehr gut entwickelt. So konnte ich auch die ersten fünf Arbeiterinnen feststellen. Leider hat es dann doch nicht gereicht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die erste parasitäre Generation im Nachteil liegt. So hat auch die blutrote Raupermeise Formica Sanguinea häufig Probleme. Häufig klappt es dann doch erst nach der ersten Winterruhe. Die Aggression der Wirtsameisen geht dann meist auch zurück und die sozialparasitäre Art gewinnt die Oberhand. Übrigens für alle Interessenten, die diese Art vielleicht mal halten wollen. Polyagos rufensis ist in Deutschland stark gefährdet, jedoch ist sie nicht geschützt. Durch die Schwierigkeiten in der Gründung und die fast unmögliche langfristige Haltung ist die Art nur für Experten geeignet. Beispielsweise baue ich diese Kolonie jetzt auf und setze sie in meiner Gegend spätestens im dritten Jahr unter Beaufsichtigung und regelmäßiger Kontrolle aus. Der Nutzer Boru aus dem Ameisenportal und ehemals auch aus dem Ameisenforum schreibt seit vielen Jahren Berichte zu dieser seltenen Art. Über seine Berichte kann man sich einen guten Überblick über die Auswilderungsprojekte machen. Auch hier gibt es Hindernisse. So klappt nicht jede Auswilderung. Übrigens, wie man vielleicht in meinem Video erkennen konnte, sind die Arbeiterinnen relativ gleich groß. Das heißt, sie sind monomorph. Anders als wie vielleicht erwartet, gibt es keine Soldaten. In den nächsten Wochen sollte eigentlich die erste Arbeiterin schlüpfen. Die Entwicklungszeit beträgt zwischen 44 und 50 Tagen. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Eine Sache gäbe es denn noch. Und zwar spielt ihr jetzt eine zentrale Rolle auf meinem Kanal. Ihr könnt aktiv an der Kommentarfunktion mitwirken und über den Content zum nächsten Video entscheiden. Auch werde ich Umfragen starten, woran ihr euch beteiligen könnt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Euer Ameisenbaron.